Ja, wir machen jetzt genau das Gleiche wie GMX, der sich ja als Nachrichtenportal auch präsentiert. Wenn eine große Talkshow war, dann wird da immer eine ganz große Kritik dieser Talkshow gemacht. Und die machen wir jetzt als Sendung. Und zwar auf dem Sender Next Scientists for Future, diesmal nicht alles zusammengeschrieben, sondern auf dem YouTube-Sender Next, Leerzeichen Scientists, Leerzeichen for, Leerzeichen Future. Die Nummer 775 war eine große Talkshow mit der Expertin Dr. Heide Göttner-Abendroth. Ja, und wir machen jetzt die Kritik dieser Talkshow. Also es ist schon immer etwas stressig. Ich bin leider immer in einer Dreifachrolle. Ich bin sozusagen einmal Moderator dieser Talkshows im Moment, weil niemand das Geld hat, jetzt einen Extramoderator zu bezahlen, sozusagen. Und ich bin gleichzeitig auch Techniker, könnte dabei manchmal auch die Piepstöne noch verhindern, indem ich auch mein Mikro noch abschalte, aber dann wüsste ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weil es wirklich, man ist in so einer Situation restlos überfordert. Und ich bin ja auch noch immer als Experte in den Talkshows vorhanden. So, und deswegen jetzt auch hier als erstes, hier unten rechts, erst einmal an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, wir machen jetzt diese Talkshow-Kritik. Und ganz kurz zum Technischen schon einmal. Wir hatten also mehrere Gäste von Wir 2020 EU-Mitgliedern zu Gast und dann eben die Matriarchatsforscherin Dr. Heide-Göttner-Abendrot. Und es ging also um das Matriarchat als unsere sehr viel glücklichere Vergangenheit und Zukunft. Ja, denn diese Vergangenheit war quasi die gesunde, glückliche Vergangenheit der Menschheit, wenigstens teilweise. Und die wurde dann durch die problematische, unglücklichen Evolutionsverläufe rund um den brutalen, patriarchalen Raubtierkapitalismus sozusagen gestört. Ja, und das Erste war, dass Frau Dr. Heide-Göttner-Abendrot sozusagen als Wunsch hatte, um überhaupt, also erst einmal, warum laden wir solche Gäste ein? Wir laden solche Gäste ein, weil wir dem Prinzip folgen der Frack-Partei, der Freie Argumente-Kultur-Partei, also liebe sozusagen, liebe Herren und Damen, Sieber, Romberg, Bagdi, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, wenn sie wollen, dass sie ihre richtige Partei werden, die Erfolgschancen hat und richtig basisdemokratisch wird, dann schneiden sie sich von dem Konzept der Frack-Partei etwas ab, nämlich von der Idee sozusagen der Volksentscheid-Wahlprogramme hier von fünf Wahlalternativen zu einem Reformbereich sozusagen, stammend aus fünf verschiedenen Experten. Das können parteiinterne und parteiexterne Experten sein. Das setzt also voraus, dass man nicht an der Krankheit der Ausschlitter ist, dieser Ritis krank, sondern alle Experten hört und zwar auch die von allen anderen Seiten. Bisher haben die Parteien alle gejammert, die Neuparteien alle gejammert darüber, dass doch die CDU, die SPD die anderen Seiten und die Experten der anderen Seiten nicht hört. Und jetzt machen sie selber das Gleiche. Sie hören nur ihre Kumpels, machen wieder Vetternwirtschaft und hören ihre Kumpels von den anthroposophischen Experten und ignorieren alle anderen Experten, die tausendmal kompetenter sind als anthroposophische Experten. Wir wollen nicht sagen, dass man jetzt nicht anthroposophische Experten hören soll, aber doch bitte immer nur im Kontrast zu ihnen widersprechenden echten wissenschaftlichen Experten. Wenn dann schon solch ein pseudowissenschaftlicher Experten wie die Anthroposophie, die soll ja gehört werden, aber doch bitte immer im Kontrast zu dem Widerspruch, den dagegen echte Experten und richtige naturwissenschaftliche Experten haben. Deswegen Offenheit für alle Experten, aber nicht wegfiltern der besseren Experten zugunsten der schlechteren Experten, nur weil man damit irgendwie in einer Vetternwirtschaft sich befindet. Und jetzt war es also mit dieser Frau Dr. Göttner-Abendrot so, dass ich trotzdem, obwohl eigentlich es ja bei uns nicht üblich ist, dass ein Experte einfach mal so eben 22 Minuten Vorsprung vor den anderen Experten bekommt, aber das war ihr Wunsch, dass sie schon mal von vornherein, also sie redet von egalitären Gesellschaft, meint aber mit egalitärer Gesellschaft, also mit gleichheitsorientierter Gesellschaft natürlich, dass sie erst mal 22 Minuten mehr Redezeit bekommt als die anderen Experten und sich hinterher dann noch darüber beschwert, dass alle Leute in der Talkshow ein bisschen die Redezeit überziehen. Das lässt sich leider nie ganz verhindern, Schluck Wasser. Und dann äußert sie den Wunsch, dass sie erst einmal über Matriarchatsforschung sprechen möchte und dann in der nächsten Sendung noch mal 22 extra Minuten möchte, im Gegensatz zu den anderen Experten, um ihre Konzepte für Matriarchatspolitik in nicht egalitärer Weise äußern zu dürfen. Das verrät schon einmal, dass hier jemand ist, der zwar vom Egalitären redet, aber wenn es ernst wird, eigentlich meint, dass er selbst, dass sie selbst, die Frau Dr. Göttner Abend, wo sie selbst bitte schön die Gleichere unter den Gleichen sein möchte, die einfach von vornherein mehr Redezeit als andere bekommt und ansonsten dann vielleicht auch gar nicht in die Talkshow kommt, wenn sie nicht die Chefin im Ring ist, sozusagen. Ja, und das klingt nicht sehr Egalität, sondern das klingt eigentlich sehr herrschaftsorientiert. Also da widerspricht sie sich schon von vornherein. Dann hat sie auch noch darum gebeten, dass sie ihre eigene Technik mitbringen dürfe, was ein großer Fehler war, denn ihre Technik war ein ständiger Quell von ständigen, ununterbrochenen, nervigen Störtönen. Und außerdem hat sie dann ihre Pflicht nicht übernommen, dass, wenn sie schon ihre Technik nimmt, dann muss sie auch dafür sorgen, dass die Mikrofone aller anderen lautgestellt wurden. Zum Beispiel Herr Wagner als Experte hatte einen viel zu lauten Lautsprecher, der dann zu ständigen Störtönen Anlass gab, weil er immer wieder vergessen hat, sein Mikrofon stumm zu schalten. Das hätte dann Frau Dr. Göttner Abendroth stumm schalten müssen, weil sie ja die Technik eingebracht hat und ich darauf keinen Einfluss hatte. Also das machen wir nicht mehr. Wir nehmen zukünftig unsere Technik und wir geben Frau Dr. Göttner Abendroth höchstens noch vielleicht zehn Minuten Extraminuten vor den anderen Experten als Extraminuten, aber nicht mehr 22 Minuten wie diesmal. Und diese 22 Minuten hat sie gleich nochmal um drei Minuten überzogen, sodass sie genau genommen 25 Extraminuten von vornherein gegenüber den anderen Experten hat. Das klingt nicht nach echter Demokratie. Das klingt mir nicht. Und dann, das ist so paradox. Man merkt also, dass alle Gleichheitsideen bei ihr sofort aufhören, wenn es darum geht, dass sie sich in den Vordergrund spielen kann und eben Extraminuten bekommt und Extraminuten bekommt Das liegt eben teilweise auch an eben Frau Dr. Göttner Abendroth und ihrer schlechten Technik, die sie mitgebracht hat und die sie auch nicht richtig bedient hat. Ja, und dann auf der anderen Seite kontrastiert es mit dieser Paradoxen bei Pseudokommunisten häufig zu findenden und ich sage damit schon, wie ich Frau Dr. Göttner Abendroth leider einstufen muss, als marxistoide Person. Also das heißt, sie ist aus meiner Sicht dem Pseudokommunistischen zu stark verhaftet, hat da so etwas Gleichmacherisches in ihrem Denken, das nur komischerweise sie nicht auf sich selber anwendet, sondern sie hat einen Schluck Wasser, eine gleichmacherische Brille und wenn sie matriarchale, moderne Matriarchate untersucht hat, beobachtet hat, hat sie immer nur das Egalitäre wahrgenommen, weil sie nur das Egalitäre wahrnehmen wollte und das Entscheidende, den entscheidenden nicht egalitären Anteil, den hat sie geflissentlich übersehen, weil sie ihn übersehen wollte. Denn es gibt in diesem Universum nichts und das wissen eben die klügeren, echten Naturwissenschaftler und echten Wissenschaftler wissen, dass es in diesem Universum nichts gibt, was nicht auch nicht egalitäre Anteile hat, wo also sozusagen das Fähigere auch sieht, wo es bleibt. Also das ist genau die Beobachtung. Das ist, wenn man die Bonobos zum Beispiel untersucht und ihren matriarchalen Kommunismus, dann erscheint der erst einmal von außen gesehen ziemlich egalitär, weil ja die Männer alles, was sie finden, nicht akkumulieren, sondern verschenken an die Gruppe. Aber in Wirklichkeit schauen die Männer schon auch drauf, wo sie bleiben, denn sie behalten natürlich auch im Kopf, ich habe jetzt den Frauen und Kindern mehr geschenkt als die anderen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auch belohnt werde durch guten Sex. Also das heißt, das Schenken ist in Wirklichkeit natürlich ein hoch egoistischer Akt. Und das sind Geisteswissenschaftler, die ja einen riesigen Bildungsmangel im naturwissenschaftlichen Bereich haben, nicht in der Lage zu sehen, dass selbstverständlich jedes Schenken ein egoistischer Akt ist, der mit den Gegengaben rechnet und rechnen kann. Denn bei den Bonobos verhalten sich die Frauen auch ganz richtig. Schluck Wasser. Männer, die die Frauen und Kinder großzügig und viel beschenken, gewinnen nämlich Anerkennung der Frauen und Liebe der Frauen und damit intensivere sexuelle Erlebnisse als die anderen Männer der Kommune und damit auch dann eine höhere Vaterschaftswahrscheinlichkeit, also eine größere Chance, dass ihren Spermien der Zugang zu den Eizellen der Frauen gewährt wird sozusagen. Und damit haben sie die wichtigste Währung, die sie haben. Nämlich sie haben dann ja quasi ihre eigenen Gene in die Zukunft transportiert und das ist das Höchste, was ein Lebewesen in der Evolution tun kann. Und damit ist auch das, was eine Mutter macht. Nämlich wenn sie die Mutter dem Kind etwas schenkt, dann ist das ein hoch egoistisches Schenken. Denn sie beschenkt ja ihre eigenen Gene und zwar ihre eigenen zukünftigen Gene. Denn nur die Kinder haben noch eine lange Lebenserwartung vor sich. Und wenn die Mutter also sozusagen selber egoistisch in der Zukunft weiterleben muss, dann muss sie einfach ihren Genen in ihren Kindern eben vieles schenken. Und sie hat keine andere Möglichkeit. Die Mutter hat ja keine andere Möglichkeit, irgendjemand anderem etwas zu schenken und dann mehr Gene ihrer selbst in die Zukunft zu tragen, als wenn sie ihren Kindern alles schenkt. Also verhält sich jede gute Mutter so, dass sie eben ihren Kindern alles schenkt. Aber das ist ein rein genegoistischer Ergakt. Und Frau Göttner Abendroth erkennt überhaupt nicht, dass zum Beispiel Professor Richard Dawkins da natürlich tausendmal intelligenter ist als sie selber, weil er das erkennt, dass es natürlich in diesem Universum keinen selbstlosen altruistischen Akt gibt, sondern dass Altruismus immer auch ein egoistischer Schenkakt ist sozusagen. Mit egoistischem Kalkül, das auch beantwortet wird. Denn überall reagieren, auch in den modernen Matriarchaten reagieren natürlich die Frauen auf die größeren Gaben von zum Beispiel landwirtschaftlichen Früchten, die die Männer einbringen, auch mit größerer Anerkennung und Wertschätzung. Und diese Anerkennung wird sich sicherlich auch in den Nachbarkommunen rumsprechen und dann zu einem besseren Liebesleben in den Besuchsehen oder Besuchslieben führen. Also das hat alles seine Konsequenzen. Und dann steigt nämlich auch dann die statistische Wahrscheinlichkeit, dass diesen Männern, den großen Schenkern, durch den Ruf, den sie haben in der Umwelt sozusagen, auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie der Vater des nächsten Kindes von ihrer Besuchsliebe werden, sozusagen. Schluck Wasser. Das alles ist also in Wirklichkeit, und da sind eben die Naturwissenschaftler viel schlauer als die inkompetenten Geisteswissenschaftler, die oft eben das Naturwissenschaftliche völlig ignorieren und völlige Unkenntnis dessen haben. Die Naturwissenschaftler sind da halt tausendmal weiter, weil sie genau wissen, dass auch jedes Schenken immer ein genegoistischer Akt ist und sein muss, weil er sonst gar nicht existieren würde, weil er sonst nämlich von der Selektion entfernt worden wäre. Und zwar längst. Also ich lese mal weiter vor. Also die, nochmal, Frau Dr. Göttner-Abendroth, einerseits will sie, dass sie gleicher behandelt wird als die gleichen, also dass sie überall bevorzugt Extrawürste gebraten kriegt. Auf der anderen Seite redet sie und fordert sie und setzt selber eine gleichmacherische Brille auf und analysiert die modernen Matriarchate falsch, weil sie nur mit ihrem Bias nur das Egalitäre wahrgenommen hat in diesen Kulturen und nicht das, was man beim Bonovo sieht, wenn man mit der Lupe oder mit dem Mikroskop das Ganze mal größer zieht, dann sieht man nämlich auch den nicht-egalitären Anteil, dass die Bonobo-Männer, die mehr schenken, auch mehr Zugang zu den Eizellen der Frauen bekommen und damit dafür fürstlich bezahlt werden, dass sie diese großen Geschenke machen. Dass also hier nichts selbstlose Geschenke sind, sondern dass alles ganz streng egoistische Handlungen sind. Und damit sind wir auch bei dem Problem, dass diese Weltzugewandtheit und Mutter-Erde-Zugewandtheit, dass das eben eine Pathologie ist. Denn wenn wir jetzt der Mutter-Erde dienen und den Weltbürgern schenken, dann wird das pathologisch. Denn dann ist es ja kein egoistischer Schenken der Akt mehr, wo direkt was zurückkommt, sondern es ist ein pathologischer, selbstaufopfernder, eigentlich ein genetisches Aussterbensprogramm, weil dann genau die Gene, die dazu führen, dass ich die anderen Weltbürger beschenke, die sterben ja dann mit mir aus, weil ich durch diesen Ressourcenverlust selber meine Gene nicht in die Zukunft tragen kann, sondern diese Weltbürger ihre Gene in die Zukunft tragen können und meine eigenen Gene und damit auch das Programm, die Weltbürger zu beschenken, regelmäßig wieder ausstirbt. Und eine Politik zu fordern, die quasi ein Selbstaussterben unserer WählerInnen anrät und anempfiehlt, solch eine Politik ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Schluck Wasser. Ja, und auch wir wollen selbstverständlich als nextscientistsforfuture.de, diesmal wieder zusammengeschrieben, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich schließt. Aber wir müssen doch gucken, was geht und nicht unrealistisch von Umverteilungen von oben nach unten träumen, und die eigentlich nur in der jetzigen konkreten Situation nur funktionieren würden, wenn wir auch wieder eine Mauer errichten würden. Und ich hoffe, das will keiner. Also, denn wenn wir jetzt keine Mauer entrichten, dann können die Reichen, wenn wir zugreifen auf ihr Vermögen, können die abwandern mit ihrem Vermögen und dann bleibt Deutschland als noch ärmeres Land als vorher zurück und es geht auch den Armen noch schlechter als vorher. Also deswegen entweder eine Mauer bauen oder erst mal noch vorübergehend damit leben und sinnvolle Strategien überlegen, wie wir allmählich dazu kommen, dass sich dann wieder irgendwann die Schere zwischen Arm und Reich schließt und wieder wir so überwiegend egalitär werden, wie bei den Bonobos, aber ohne vollständige, hundertprozentige Egalität, denn die geht nicht. Denn die Bonobo-Männer würden nicht weiter schenken, großzügig, wenn sie nicht auch mit mehr Liebe, besserem Sex und größerer Zugangschance zu den Eizellen der Frauen dafür belohnt würden. Und ich wiederhole es nochmal, seine eigenen Gene in die Zukunft zu transportieren in Form von genetisch eigenen Kindern, ist das höchste Ziel jedes Organismus in der Evolution. Und jeder, der diesem Ziel bewusst nicht folgen will, der stirbt aus und spielt demnächst in der Evolution keine Rolle mehr und ist nicht mehr existent. Und deswegen überleben normalerweise immer nur Organismen, die alles tun, um ihre eigenen Gene tatsächlich in ihren leiblichen Kindern in die Zukunft zu transportieren. Und deswegen töten ja auch so gerne Stiefväter ihre Stiefkinder, damit die Mütter dann neue Kinder bekommen und dann möglichst leibliche Kinder von ihnen selber. Und deswegen töten auch Löwenmänner die Säuglinge und Babys ihrer Vorfahren, also ihrer vorherigen, der vorherigen Löwenmännchen, die sie vertrieben haben und so weiter. Oder Bären töten die Babys anderer Männer, weil sie dann immer eine Chance haben, dass sie selbst der Vater des nächsten Kindes werden können. Schluck Wasser. Also es geht immer alles darum, gelingt es jemandem, seine eigenen Gene in die Zukunft zu transportieren. Und das können Mütter nur, indem sie ihre eigenen Kinder beschenken, weil das sind die Träger, die diejenigen Träger, die am meisten ihre eigenen Gene tragen, nämlich 50 Prozent ihrer eigenen Gene tragen, während zum Beispiel jetzt ein Neffe zum Beispiel nur 25 Prozent der eigenen Gene trägt. Und deswegen tragen also sozusagen, ja, und Männer müssen versuchen, bei möglichst vielen Frauen der leibliche Vater des nächsten Kindes zu werden, weil dann in diesem nächsten Kind wieder 50 Prozent der eigenen Gene wieder in der Zukunft existieren. Und wenn sie viele Kinder hinterlassen, ist jedes ihrer Gene irgendwo auch in der Zukunft zu finden. Und das ist die wirkliche Wahrheit und nicht irgendwelche, sagen wir mal so, halbwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, verengten Perspektiven, ohne den Gesamtblick, ohne den ganzheitlichen, umfassenden Wissenschaftsblick. Ja, also Schere zwischen Arm und Reich schließen, ja, aber weder Gleichheitsillusionen noch Gleichmachereien. Und wir wollen vor allem nicht übersehen, dass es überall Leistungsmessungen gibt, dass Frauen immer die Leistungen von Männern messen und danach den Männern unterschiedlichen Zugang zu ihren Eizellen gewähren. Ja, und das Element des Versteckten, bei Bonobos schwer sichtbaren, aber vorhandenen, der Leistungsmessung, des Wettbewerbs und so weiter, das zu übersehen, das machen Leute, die maxistoide Prägungen haben und die pseudokommunistische Prägungen haben und die eben geisteswissenschaftliche Pseudowissenschaftler sind, weil sie die naturwissenschaftliche Ganzheitlichkeitsseite vernachlässigen. Ja, zum Beispiel zeigt sich bei den modernen Matriarchaten, Frau Dr. Göttner Abendrot schildert das immer wieder, dass diese Besuchslieben dann über Nacht stattfinden. Zum Beispiel das kontrastiert zu der naturwissenschaftlichen Aussage, dass eigentlich die intensivste Sexualität vormittags möglich ist. Da sind ja aber die Männer schon längst wieder auf dem Rückweg und Heimweg. Also sagt uns das dann, Schluck Wasser, doch schon eindeutig, dass diese modernen Matriarchate schon denaturiert sind, dass sie also schon durch den patriarchalen Raubtierkapitalismus schon beschädigte Varianten des Matriarchats sind, dass also diese Formen des Matriarchats, die Frau Dr. Göttner Abendrot uns berichtet, schon zerstörte Formen, angefressene Formen sind und nicht mehr das Vollmatriarchat und nicht mehr das Urmatriarchat sind. Und wir möchten halt lieber von dem Urmatriarchat und dem Vollmatriarchat lernen und nur begrenzt hören von den zerfressenen und angegriffenen und halb zerstörten modernen Matriarchatsformen, über die Frau Dr. Göttner Abendrot berichtet. Schluck Wasser. Während sie quasi in der Gebärde dessen kommt, als sei sie die Alleinwissende über das Matriarchale. Das ist dann auch schon wieder kein demokratischer Anspruch mehr, mit dem sie daherkommt. Und dann erinnere ich an den Begriff Muttersöhnchen. Es gibt den Begriff Muttertöchterchen nicht, aus gutem Grunde. Es gibt immer nur die Muttersöhnchen, weil nämlich der natürliche Urmatriarchale Zustand ist, dass die Söhne bei den Müttern bleiben und in deren Clans beziehungsweise Kommunen bleiben, aber die Töchter abwandern in die Nachbarkommunen. Und das ist ja auch dann schon wieder zerstört, weil in den modernen Matriarchaten bleiben auch die Töchter bei den Müttern und die Männer der Nachbarkommunen besuchen quasi und nehmen ihr Liebesleben mit den Töchtern auf in der Besuchsliebe. Das ist aber schon wieder etwas Unnatürliches. Das ist schon nicht mehr die Hochblüte des Matriarchats, sondern schon eine erste Form der Zerstörung des Matriarchalen. Und deswegen dürfen wir uns daran auch nicht zu sehr orientieren, weil es nicht mehr die Vollblüte des Matriarchats ist. Die Bonobos zeigen uns, wie die Vollblüte des Matriarchats funktioniert. Und das hat auch Frau Dr. Göttner-Abendrot nie verstanden. Ihr fehlt einfach zur ganzheitlichen Wissenschaftlichkeit, die Naturwissenschaftlichkeit. Wir müssen doch die Reichen von der Ersatzbefriedigung Besitz langsam entwöhnen. Und zwar müssen wir ihnen doch erst, wie entwöhnt man denn Süchtige nach Ersatzbefriedigungen? Durch Gabe von natürlichen Glücksquellen. Dadurch müssen wir doch erst mal die Milliardäre in matriarchale und am besten in urmatriarchale Hausarzt-Gesundheitskommunen-Projekte einladen, dass sie dort spüren, dass sie viel mehr Glück und Liebesleben und Geliebtheit erfahren können für ihre Fähigkeiten. Und dass sie für ihre überlegene Fähigkeit und ihre großen Geschenke, die ihnen möglich sind, dann auch als Gegenlohn ganz viel Anerkennung, Liebe und Sexualität und Zugang zu Eizellen gewährt bekommen. Viel mehr, als wenn sie als Milliardär in einer monogamen Beziehung leben. Und wenn dann die Reichen spüren, ja, nee, also in so einem Clan leben und dann die Clan-Mitglieder, die Kommunen-Mitglieder beschenken, das bringt mir doch viel mehr Erfüllung, als immer mehr Milliarden anzuhäufen, sie nicht zu verschenken und dann so eine glücklose, monogame, eifersüchtige Zwangsehe zu führen. Mit Eifersuchtstheater und allem. Also verstehen Sie, mit Speck fängt man Mäuse. Man muss doch, wir müssen doch den Reichen sozusagen Glück anbieten, damit sie wieder in den Schenkmodus kommen, der Bonobo-Männer, der für die Bonobo-Männer ihre Natur ist, nämlich der Schenkmodus. Aber natürlich, da Schenken immer ein egoistischer Akt ist und sein muss in diesem Universum, weil es nicht anders geht, weil jeder, der schenkt und nichts zurück will und nichts zurück erwartet, automatisch ausstirbt in der Evolution, weil ja quasi seine Gene nicht mehr weiter existieren, wenn es nicht in der Währung von Zugang zu den Eizellen der Frauen bezahlt wird. Um es jetzt nochmal so konfrontativ wie möglich zu sagen. Das Schenken ist ein Geschäft wie jedes andere. Die reichen Bonobo-Männer schenken ihren reichen Futterfund den Frauen und Kindern der Kommune. Und die Frauen bezahlen mit Wertschätzung, Anerkennung dieser Männer, mit Liebe gegenüber diesen Männern, intensiveren Sexerlebnissen mit diesen Männern und einer größeren Öffnung von Chancen, dass die Spermien dieser Männer Zugang zu ihren Eizellen bekommen. Und das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Und wer das wegleugnet, ist ein, um es mal hart zu sagen, marxistoider, pseudokommunistischer, weltfremder Träumer. Ich glaube, ich habe es jetzt mal deutlich auf den Punkt gebracht. Und wir sind eben echte Wissenschaftler. Wir sehen natürlich dieses Gegengeschäft, das unter der Decke des Schenkens still und leise abläuft. Aber als echte Wissenschaftler müssen wir natürlich da mit der Lupe, die Lupe aufziehen, mit dem Mikroskop das Ganze vergrößern und dann sehen wir, dass es sich um ein Gegengeschäft handelt. Und es geht auch gar nicht anders, weil alle, die kein Gegengeschäft betreiben, ja dann ihre Gene eben nicht weiter in die Zukunft tragen können und dann eben nicht mehr existent sind. Also alle Bonobos, die Schenken nicht als Gegengeschäft betrieben hätten, wären ausgestorben. Und dann ist ja die Grundidee die, als dann die Händler anfingen, ihre vorteilbringenden Irrtümer auszubreiten und das dann dazu führte, dass die Sexualität verteufelt wurde und unterdrückt wurde, dann bekamen quasi die schenkenden Männer ihre Gegenbezahlung nicht mehr in Form des intensivierten Sexlebens und dem größeren Zugang zu den Eizellen der Frauen. Und dann fingen die Männer an halt zu sagen, dann machen wir halt unser eigenes Ding. Ja, dann werden wir halt jetzt mal besitzzüchtig, akkumulationssüchtig, machtsüchtig und später geldsüchtig. Und das ist das, was geschehen ist. Also der patriarchale, brutale Raubtierkapitalismus entsteht erst nach der Unterdrückung der Sexualität durch die vorteilbringenden Irrtümer der Frühhändler. Und wer das nicht versteht, der hat nichts verstanden. So, und Frau Dr. Göttner Abend betreibt das Ganze und ihren Auftritt eher wie die Priesterin einer Religion und will ihre wissenschaftlichen Irrtümer als alleinselig machende Wahrheit am liebsten unwidersprochen dozieren. Das klingt nicht sehr demokratisch, finde ich. Sie stimmt der Talkshow-Teilnahme nur zu, wenn sie von vornherein 22 Minuten mehr bekommt als die anderen Experten. Und die überzieht sie gleich noch mal drei Minuten, sodass sie dann 25 Minuten extra mehr bekommen hat als die anderen Experten. Und so, dass sie ihr Anfangsstatement ja letztendlich aus praktisch 28 Minuten bestand und dann die anderen Experten erst ihre ersten drei Minuten bekamen. Ja, das ist eigentlich eine nicht kooperative und nicht demokratische Mentalität. Und da verrät sich wieder immer diese Widersprüchlichkeit. Die Leute, die am meisten vom Egalitären und von der Gleichheit reden, die erwarten meistens, dass sie ganz besonders die Gleichen unter den Gleichen sind, nämlich, dass sie extra Würste gebraten bekommen und überall Privilegien bekommen. Und das ist genau die gleiche Mentalität, die wir bei Honecker oder bei Stalin gesehen haben. Immer sozusagen mehr als die anderen. Zwar von Gleichheit predigen, also Wasser predigen, aber Wein saufen. Immer predigen, alle anderen sollen gefälligst sehr demokratisch und sehr gleichheitsorientiert sein, aber nicht doch ich als Chef. Und Frau Dr. Göttner-Abenroth fantasiert sich in der Rolle der Chefin. Dabei wäre sie besser aufgehoben in einer Rolle der wissenschaftlichen Schülerin, die jetzt mal gefälligst richtig wissenschaftbereit ist zu lernen von den Next Scientists for Future. Das würde ihr viel besser anstehen. Ja, Schluck Wasser. Dann schildert Frau Dr. Göttner-Abenroth, das, so kenne ich es auch von ihr von früher, das Agrarische. Also das bedeutet doch schon, dass die Matriarchate, die sie beobachtet hat, also quasi nach der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht leben. Das bedeutet, dass sie die größte Fehlentwicklung schon hinter sich haben. Denn die Nahrungsqualität, das wissen wir doch aus den Daten und Hinweisen, dass die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht schlagartig zu einem mickriger werden, der Körper führte, weil diese einseitige Mangelernährung, die durch landwirtschaftliche Massenprodukte entsteht, die Gesundheit schwerst beschädigt hat und dadurch auch das Auftauchen der ersten großen Seuchen begünstigt wurde, dass also das Agrarische schon eine Fehlentwicklung ist, dass also das Sammeln in der Natur, der naturbelassenen Nahrung eigentlich das Gesündeste ist, auf das wir ja genetisch angepasst sind, sozusagen, das kann sie gar nicht sehen. Sie erkennt nicht, dass sie uns eigentlich von matriarchalen Lebensformen berichtet, Formen berichtet, die schon große Teile der Vitalität des Urmatriarchats oder Vollmatriarchats schon längst verloren haben, besonders auch damit, dass sie schon landwirtschaftlich sind. Und landwirtschaftlich ist schon immer krank, deswegen reden wir ja von Permakultur, weil das schon wieder ein Schritt ist in Richtung des in der Region Sammeln, was gerade wächst, sozusagen. Denn darauf sind unsere Körper geeicht, die volle Vitalität der Nahrung, die spontan wächst und nicht die künstlich zum Wachsen gezwungene monokulturelle, landwirtschaftliche Minderwertigkeitsnahrung, die uns alle mehr oder weniger vergiftet, besonders wenn dann noch Glyphosat dazukommt und so weiter. Letztendlich berichtet uns Frau Dr. Göttner-Abendroth, die meint uns mit einem vermeintlichen Vollmatriarchat beglücken zu wollen, schildert uns eigentlich die teilweise den oratorierten Überbleibsel des Ur- oder Vollmatriarchalen. Sie schildert uns eigentlich Mangel- oder schon halb zerstörte Zustände. Sie merkt nicht, dass auch sie eine Grundideologie hat und eben nicht nur Wissenschaft macht. Übrigens widerspricht sie bei meinem Einwand so mit der Eifersucht, wo ich ja nur deutlich machen wollte, dass der Kapitalismus sich auch eben ja in die Kulturen reindrängt, obwohl wir eigentlich das Gleiche meinen, widerspricht sie da. Sie geht also eigentlich unnötig in Konfrontation, wo es gar nicht nötig wäre, obwohl man da eigentlich die gleiche Ansicht hat, geht sie dann schon irgendwie aufs Kontra. Vielleicht, weil man ihr nicht genug den Hof gemacht hat. Sie will immer noch mehr die Diskussion dominieren. Ja, das ist ganz eindeutig. Natürlich haben wir alle etwas überzogen, aber alle, das ist leider irgendwie, da wir keine offen angezeigte Uhr technisch hinbekommen, ist es immer so, dass alle überziehen. Ich habe es noch nicht erlebt, dass bei unserer Technik es jemand geschafft hätte, immer pünktlich mit seinen Minuten wirklich fertig zu werden. Und dann hatten wir auch noch das Phänomen in der Talkshow, dass natürlich wieder jemand aus der fragenden Rolle heraus sich selbst in eine Expertenrolle gebracht hat. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass eigentlich zwei Experten pro Talkshow genug sind, dass man also immer ständig wechselnde zwei Experten gegeneinander antreten lassen sollte in Talkshows. daraus dann diese Volksentscheids-Wahlprogramme, ich zeige es noch einmal als optisches Bild hier, diese drei bis zehn verschiedenen Wahlalternativen nebeneinander schreiben muss aus dem, was die Experten gesagt haben und so weiter. Und dann, da wird also auch immer so, es wird ja bei Frau Dr. Göttner-Abendrot immer auch spürbar, diese tendenzielle Feindseligkeit gegenüber den Fähigen. Aber die hat das Urmatriarchat gar nicht. Also diese Feindseligkeit ist eine Pathologie der Moderne. Es gibt im Urmatriarchat, die Bonobo-Frauen sind nicht feindselig gegenüber den kompetentesten Männern, sondern die lieben die kompetentesten Männer und haben mit denen den erfülltesten Sex und die stärksten Orgasmen und die stärksten Orgasmus- Ansaugreflexe und gewähren diesen Männern den stärksten Zugang zu ihren Eizellen. Also das heißt, dort überall gibt es in der Natur und im Vollmatriarchat eine Wertschätzung des Fähigen, der Leistungsfähigeren, der Besseren, der Fitteren, der Leistungsfähigeren, der Besseren Gene und so weiter. Und das ist reine Ideologie, wenn man dann so tut, als seien quasi die Dümmeren die Besseren Politiker und die Dümmeren die Besseren Ideenentwickler für Reformen. Nein, die Dümmeren sind die Dümmeren und die entwickeln keine guten Reformen. Und die Dümmeren finden bei den Bonobos auch keine Fruchtbäume, die sie schenken könnten, sondern nur die Fähigsten finden diese Fruchtbäume und können dann die Frauen und Kinder reich beschenken. Also diese Leistungsfeindlichkeit ist pathologisch. Das ist eine pseudokommunistische Marxistoide. Pathologie der Geisteswissenschaften hat aber nichts mit einer ganzheitlichen Wissenschaft, die natürlich die Naturwissenschaft vollumfänglich einschließen muss, zu tun. Ja, Schluck Wasser. Sie merken es, die heutige Gmx-Talkshow-Kritik fällt deutlich und scharf aus. Überall haben in den, auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die matriarchalen Kulturen besuchen würde und dann mit der Lupe alles großziehen würde und mit dem Mikroskop, dann würde ich nämlich sehen, dass auch dort überall die Kompetenteren, die Leistungsfähigeren ein größeres Ansehen genießen. Besonders auch, sie hat das mal irgendwo geschildert, dass wenn die Männer dort mehr Nahrung beibringen, dass die auch das größte Ansehen genießen und dieses größte Ansehen wird am Ende irgendwo sich rumsprechen und wird dann bei den Besuchslieben auch dafür sorgen, dass diese Frauen dann diesen Männern zum Beispiel auch den bestmöglichen Zugang zu ihren Eizellen gewähren und dann die Väter des nächsten Kindes werden. Ja, also das ganze Gegengeschäft funktioniert auch dort und es ist auch dort kein selbstloses schenken, sondern ein egoistisches Gegengeschäft. Man gibt und man bekommt zurückgegeben. Und nur so funktioniert Evolution. Und alles andere ist nicht existente Träumerei. Das sind Illusionen, weil man die Augen, beide Hände vor die Augen nimmt und sagt, ich will dieses Gegengeschäft nicht sehen, ich will das Nicht-Egalitäre nicht sehen, ich will diese Leistungsbejahung in diesen Kulturen nicht sehen, weil ich bin leistungsfeindlich, ich will nur Egalitäres sehen, ich will mich blind machen für das Nicht-Egalitäre Element und so weiter. Und so können sie aber keinen Staat steuern. Mit solchen Traumtänzereien können sie keinen Staat regieren. Punkt. Ja, mit solchen Realitätsverlusten. Ja, auch bei den modernen Patriarchaten, wenn man die richtig beobachten würde und nicht mit einer pseudowissenschaftlichen Brille beobachtet, dann genießen auch dort die besten Nahrungsbeibringer das größte Ansehen und das bekommen sicher dann auch die Frauen der umliegenden Kommunen mit und belohnen das Ganze dann mit einem größeren Zugang zu ihren Eizellen. Weil sie nämlich, diese Frauen nämlich ja auch für ihre Kinder sich die besten männlichen Gene wünschen. Und deswegen dann auch diesen Männern auch wieder aus egoistischen Gründen den Zugang zu ihren Eizellen gewähren. Und wir erleben das dann so, dass diese Frauen diese Männer halt lieben. Aber dieses Liebes Empfinden fußt ja auf diesem Kalkül. Also jedes Liebesgefühl fußt ja auf dem Kalkül, dass das gute Gene sein, was der Partner, der Sexpartner mitbringt. Und nur dann öffnet man ihm große Chancen, Zugang zu den eigenen Spermien oder Zugang zu den eigenen Eizellen sozusagen zu bekommen. Wir Männer gewähren ja auch nur Frauen die Gabe unserer Spermien, die immerhin so viel gesunde Körperaspekte aufweisen, dass sie aus unserer Sicht eine brauchbare Mutter für unsere Gene sind, wobei wir da relativ großzügig sein müssen, weil wir als Männer natürlich mit unserem einen Samenerguss nicht allzu viel Energie und Kalorien opfern, während die Frauen natürlich sorgfältiger gucken müssen, wem sie den Zugang zu ihren Einzellen gewähren, weil sie dann eben neun Monate Tragzeit und dann noch zehn Jahre Stillzeit und Kinderbetreuungszeit quasi in das Kind hinein investieren, während die Männer nur eine ganz kleine Kalorienmenge in ihr Gesamtejakulat investieren. Also müssen natürlich Frauen genauer gucken und vorsichtiger sein, wem sie den Zugang, dass sie eben nur Männern mit sehr guten Genen den Zugang zu ihren Eizellen gewähren. Das ist das Einmaleins echter Wissenschaft, was ich gerade erwähnt hat und das hat eben Frau Dr. Göttner Abendrot nicht drauf. Sie würde bei mir also durch jede Prüfung durchfallen und ich würde ja sagen, sie müssen da nochmal neu studieren, denn ihnen fehlt jede wissenschaftliche Basis. Sie haben alles Wichtige noch nicht gelernt. So wegleugnen des gesunden Gen-Egoismus, das auch schenken auf Gegenleistungen und Bezahlen hin ausgerichtet wird. Ja, also sie leugnet quasi den gesunden Gen-Egoismus weg, das egoistische Gen leugnet sie weg von Richard Dawkins und so weiter. Und natürlich hat Richard Dawkins recht und Göttner Abendrot unrecht, denn jedes schenken spekuliert auf Gegenleistung und Bezahlung und ist darauf hinaus ausgerichtet. Und man hat ja gesehen, wenn die Bezahlung wegfällt, also der intensive Sex wegfällt, dann entwickeln die Männer sofort die Tendenz, ihr eigenes Ding zu machen, eben nicht mehr die Frauen und Kinder zu beschenken, sondern Akkumulationsmacht und Geldsüchtig zu werden und sich gegen die Frauen und Kinder zu wenden. Und genau das ist einfach passiert. und leider waren es eben die Frühhändler, die mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern die Sexualität so verteufelt haben, dass sie unterdrückt wurde und dann hatten die Männer ihre Gegenbezahlung nicht mehr und als sie ihre Gegenbezahlung nicht mehr bekamen, sozusagen, man kann es auch mal ganz hart sagen, von Natur aus bezahlt selbstverständlich jede Frau, der Mann bezahlt mit Geld oder mit sonstigen Geschenken und die Frau gibt wie eine Prostituierte, wie jede anständige Prostituierte auch sexuelle Dienstleistung und den Zugang zu ihren Eizellen und so ist alles ein Geschäft und Gegengeschäft und da ist jetzt Prostitution nicht als etwas Schmutziges gemeint, sondern es ist ganz gesund, alle Organismen prostituieren sich, es ist immer ein Geschäft auch mit der Sexualität mit dem Zugang zu Eizellen zu Spermien alles ist Prostitution und das ist ganz positiv verstanden nur dass man mal wegkommt von diesen Träumereien mal auf den Boden der Realität bitte kommen und Frau Dr. Göttner Abendroth wischt den ihr weit überlegenen Richard Dawkins mit seinem Buch das egoistische Gehen einfach mal so eben vom Tisch anstatt von ihm zu lernen von ihm der tausendmal klüger ist als sie selber und sie sollte von ihm lernen den gesunden Egoismus hinter der Oberfläche des scheinbar selbstlosen Schenkens zu erkennen ja sie sagt zu recht Frau Dr. Göttner Abendroth sagt zu recht ja das was sie schildert sind real existierende Formen des matriarchalen aber auch der Kapitalismus muss man da antworten ist doch auch eine real existierende Lebensform und sie ist eben auch nicht offen genug dafür dass ihre modernen matriarchate schon ähnlich wie der moderne deformierte Kapitalismus schon deformations zwischenstufen zwischen voll beziehungsweise urmatriarchat auf dem Weg hin zum Vollkapitalismus sind also was sie berichtet sind ja schon deformierte zwischenstufen und haben nichts mehr mit der vollblüte und der vollen blüte eines hochmatriarchats oder urmatriarchats zu tun der Widerstand gegen ihre Sichtweise dem sie in der Wissenschaftswelt erfährt fußt eben also auch nur teilweise auf ihren dem Widerstand gegen ihre wissenschaftlichen Wahrheiten sondern teilweise auch auf dem Widerstand gegen ihre wissenschaftliche Irrtümer und das sieht sie nicht also dass die Wissenschaft sich auch gegen ihre Irrtümer wehrt denn sie erkennt ja selbst gar nicht dass sie eben auch in vielerlei Hinsicht sich selber irrt und da sie das nicht erkennt interpretiert sie das dann alles als patriarchale Gegenreaktion in Wirklichkeit ist es nur dass die Leute ihr versuchen klar zu machen dass sie sich einfach irrt dass sie keine genügende wissenschaftliche Grundausbildung genossen hat und ja sozusagen Schluck Wasser und dass man deshalb die Allgemeingültigkeit ihrer Vorstellung zu Recht auch ablehnt die Illusion das Geistige des Menschen sei quasi allen Naturgesetzen enthoben das verweist auf ihren Mangel an naturwissenschaftlicher Bildung es gibt nichts Geistiges das ist ja die Illusion der Geisteswissenschaftler nein das gibt es in Wirklichkeit nicht es gibt nichts was enthoben ist und enthebbar ist diesem diesem geerdeten materiellen Gesetzmäßigkeiten wo Schenken immer auf eine Gegenleistung ausgerichtet ist und das alles ein Geben und Nehmen sein muss sonst führt es zum Aussterben des Organismus ja also auch Herr Wagner erkennt dass es Leute gibt die sagen dass das Schenken ein egoistischer Akt sei ja und diese Leute haben recht es ist es es ist es immer nur wenn ich die Augen die Hand vor die Augen halte wird es damit nicht ein selbstloser Akt sondern ich habe nur die Hand vor die Augen gehalten ja ein Organismus der wirklich selbstlos schenken würde der also wirklich selbstlos Menschen in der dritten Welt beschenkt der wird in der nächsten Generation nicht mehr da sein weil er aufgrund seines ständigen Verschenkens keine eigenen Kinder hat und dann stirbt seine Linie aus und damit stirbt auch sein genetischer Anteil an seiner Tendenz andere Weltbürger zu beschenken mit ihm aus und dann bleiben übrig nur noch Leute die wieder nicht die Weltbürger beschenken und jeder normale deutsche Wähler jede Wählerin beschenkt eben nicht die Weltbürger die haben genug zu tun ihre eigenen Kinder ausreichend zu beschenken ja und ihre eigenen Gene damit zu beschenken ja und im Zweifelsfall noch ihre Neffen und so weiter und Verwandten zu beschenken aber eben nicht äh äh genetisch völlig fremde Weltbürger ja Konsens äh eine Konsenskontur von unten ja da spielt sowas mit rum von unten von unten ja so quasi da spielt immer dieses mit dass die Dummen jetzt plötzlich die besseren Menschen seien ja nein also auch wenn eine Konsenskultur von unten her funktioniert muss sie immer den Blick haben wo sind die fähigsten und wer kann uns am meisten helfen und wer kann uns auch bei der Entwicklung der besten Reformen am besten helfen das ist ja das was wir die Experten nennen ja wobei wir immer da vorsichtig sein müssen denn Experten da muss man immer vorsichtig sein welche welche Vorteil bringen den Irrtümer ihrer Sparte schleppen die eventuell mit sich ja also da ist steckt immer so ein bisschen die Tendenz drin so eine gewisse Verleugnungstendenz drin dass überall die Fähigeren die wir Experten nennen mehr gehört werden ja mit der selbstverständlichen Vorsicht die wir ja ständig einfordern dass nämlich diese Experten manchmal auch Vorteilbringende oder sehr oft Vorteilbringende Irrtümer von irgendwelchen Sparten mit sich bringen also von den dass wir also gucken müssen von welchen Sparten sind die Experten sozialisiert worden und welche Vorteilbringenden Irrtümer bringen sie mit sich also müssen wir jetzt eigentlich auch korrekterweise wieder fragen welche von welchen Sparten und welchen Vorteilbringenden Irrtümern welcher Sparten ist Frau Dr. Göttmer Abendroth infiziert und ich kann nur erkennen dass es sich um die Vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten handelt denn das bedeutet was sie will sozusagen so eine gleichmacherische Tendenz so eine Art gewisse Ablehnung der Leistungsfähigen Ablehnung der Unternehmer und der Arbeitgeber und so weiter ja dass das also das führt dann dazu dass die Arbeitgeber das Land verlassen zurück bleibt ein ärmeres Land mit mehr Sozialfällen und die Sozialspartler gewinnen wieder weil sie mehr Arbeitslose mehr Sozialfälle betreuen können und so weiter und und daraus mehr Karrieremöglichkeiten für Sozialspartler entstehen also eigentlich ist Frau Dr. Gettner Abendroth durch und durch infiziert von den vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler sie ist eigentlich eine Lobbyisterin für Sozialspartler die zu mehr Not und Elend in der Gesellschaft beitragen weil sie davon profitieren können und sie ist also quasi durch manipuliert durch die Sozialspartlerinnen und sie ist eine nicht wahrscheinlich eine nicht bewusste Lobbyistin der Sozialspartlerinnen und deswegen muss ich warnen weil warum haben wir sie eingeladen selbstverständlich weil wir eben sagen wir müssen doch die andere Seite hören auch wenn die andere Seite noch so irrtums behaftet ist und jetzt haben wir herausgearbeitet welche vorteilbringenden Irrtümer Frau Dr. Göttner Abendrot im Kopf hat nämlich die der Sozialsparten und genau in dieser Argumentation liegt ja die Stärke der Frackpartei und der freien Argumente Kultur dass nämlich die anderen Seiten gehört werden ohne vor den anderen Seiten in die Knie zu gehen sondern dass man aufdeckt wo diese anderen Seiten sich irren und warum sich die die Parteibasis und dann die Bürger beim Volksentscheid bitte sich für die Wahlalternative der Next Scientists for Future entscheiden sollten und ich zeige es nochmal also in diese Wahlalternative ich zeige es jetzt nochmal auch hier sozusagen ja ich denke hier werde ich es finden ich zeige es nochmal hier ja also wir klicken an Stellungnahme Stellungnahme dann rutscht es hier hin dann klicke ich an Volksentscheid Wahlprogramme das ist die unsere alte kostenlose Homepage und da können Sie jetzt wieder sehen hier ich rückse jetzt nochmal gleich richtig damit Sie das besser sehen können ja so müssten Sie es sehen können Sie sehen jetzt hier fünf Wahlalternativen hier sind drei Wahlalternativen Gesundheitsreform drei Vorschläge also wir laden die Experten anderen Experten ein versuchen wie jetzt bei der Frau Dr. Abendroth auf zu klären dass sie in Wirklichkeit eine Lobbyistin für die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspaten ist und deswegen solche falschen Thesen den Leuten bringt sozusagen und deswegen widersprechen wir ihnen und hoffen dann dass eben die Parteibasis klug genug ist unseren Reformansatz eben mit in diesen Volksentscheid mit aufzunehmen und ruhig auch den von Frau Dr. Göttner Abendroth aber dass dann die Wähler hoffentlich so klug sind nach der öffentlichen Diskussion zu erkennen nein Frau Dr. Göttner Abendroth führt uns teilweise in die Irre die Next Scientists for Future führen uns auf den richtigen Weg Richtung Urmatriarchat und Vollmatriarchat und die bevorzugen wir als WählerInnen weil die besser mehr davon verstehen und nicht so getragen sind von vorteilbringenden Irrtümern und jetzt haben wir hier zum Beispiel wieder zum Presse Radio Fernsehen Reform wieder drei Alternativen und so hat man dann zum Beispiel zu Kinderkrippen und Kindergärten jetzt in dem Fall nur zwei Wahlalternativen bis jetzt im Volksentscheid bei der ökologischen Landwirtschaft hat man hier erst mal schon drei Vorschläge und dann hier glaube ich noch zwei oder so ne sind auch nur drei ja hier hat man dann hier drei und dann zwei ach so das ist das wie oben das sind diese fünf nebeneinander hier die Gemeinwohlökonomie natürlich wollen wir dass die Gemeinwohlökonomie gehört wird aber natürlich auch nur um sie dann kritisieren zu können denn auch die ist voll von vorteilbringenden Irrtümern auf jeden Fall ist sie voll von Irrtümern wobei wir noch genau gucken müssen welche vorteilbringenden Irrtümer sind denn nun detailliert in die Gemeinwohlökonomie eingedrungen ja denn es ist eben nicht häufig dass Irrtümer einfach so aus dem Nichts kommen sondern es sind oft die vorteilbringenden Irrtümer zum Beispiel auch der Waffenindustrie die die revolutionären Gedanken natürlich stammen natürlich aus der Waffenindustrie denn die sind natürlich für jede Form des Krieges und Bürgerkrieges und jeder Form der Revolution zu haben weil sie dann ja Waffen verkaufen können ja und hier haben wir wieder drei verschiedene Vorschläge ja so geht das hier die ganze Zeit weiter und so sieht dann ein Volksentscheid in Zukunft aus ja also immer alle Experten hören aber auch die Experten sich gegenseitig fetzen lassen und sich gegenseitig entlarven lassen in Bezug auf die vorteilbringenden Irrtümer von denen die jeweiligen Experten Opfer geworden sind dann möchte ich mal sehen ob es jemandem gelingt bei den Next Scientists for Future aufzudecken aufzudecken welchen vorteilbringenden Irrtum die denn angeblich unterliegen ja also denn ich kann da keinen erkennen da wir eben uns ja an die Naturwissenschaft halten und damit in der Wahrheit uns befinden hoffentlich aber wieder ist es wichtig dass alle Experten zu Wort kommen dürfen die sagen ja die Next Scientists for Future sind einem vorteilbringenden Irrtum aufgesessen ja das ist ja gerade das Wesen echter Demokratie diese Offenheit dafür ja Schluck Wasser ja also Schenken hat einen egoistischen Hintergrund selbstverständlich denn wir sind alle aus DNS gemacht und da gibt es keinen ja jede Form des Altruismus dient entweder eigenen Genen oder sie ist pathologisch und stirbt innerhalb kürzester Zeit aus Punkt und etwas was in kürzester Zeit aussterbt stirbt den Wähler ihnen anzuempfehlen ist ein großer wäre ein großer Fehler dann würden uns ja auch unsere Wähler aussterben also Frau also man erkennt den Genegoismus im mütterlichen Schenken nicht ja man erkennt die größere Wissenschaftlichkeit dieser naturwissenschaftlichen Denker nicht ja Mütter sind um es nochmal ganz deutlich zu sagen Mütter sind pure rücksichtslose Egoisten beim Schenken an ihre eigenen Gene sie beschenken nämlich nur ihre Verwandten ihre Kinder ihre Verwandten und die sind alle Träger ihrer eigenen Gene also der wichtigste Weg einer Mutter die eigenen Gene in die Zukunft zu transportieren und das ist der einzige Sinn und Zweck von uns Bio-Robotern in der Evolution ja ist ist eben das Schenken an die Kinder weil sie dann 50% ihrer eigenen Gene jeweils direkt beschenken und die in die Zukunft stark in die Zukunft bringen ja und das ist ja so Vögel füttern die Kinder und damit ihren eigenen Platz in der Zukunft ja das ist reiner Egoismus da ist nichts Selbstloses dabei das erscheint nur selbstlos wenn man aber mit der Lupe und mit dem Mikroskop aufzieht die Situation sieht man das ist reiner Egoismus das ist reines egoistisches kalkül füttere deine eigenen Gene nur so wirst du in der Zukunft noch da sein sonst stirbst du aus und bist nicht mehr da also es gibt überall nur den gesunden Egoismus es gibt natürlich noch den krankhaften pathologischen bösartigen Egoismus von dem wollen wir ja wegkommen aber gesunder Egoismus ist das einzige und eine pathologische Selbstlosigkeit stirbt mit dem pathologischen also mit dem krankhaft Selbstlosen aus weil er zu wenig Kinder hinterlässt dadurch werden seine Gene in der Zukunft nicht mehr präsent sein und damit verschwindet sein pathologisch selbstloses Verhalten in Zukunft und stirbt aus und solch ein Aussterbensprogramm den Wählerinnen zu empfehlen wäre ein großer Missgriff denn dann sterben unsere Wähler innen aus und dann haben wir keine Wähler mehr Frau Dr. Göttner Abendroth ist getragen vom pseudokommunistischen Geist der Leistungsfeindlichkeit der Feindlichkeit und dem Neid gegenüber den Fähigen den echten Experten wobei wir immer vorsichtig sein müssen was die für vorteilbringende Irrtümer in sich tragen welche sie von ihren Sparten oder von anderen Quellen her erworben haben Frau Dr. Göttner Abendroth ist voll von Feindlichkeit gegenüber der Ungleichheit es sei denn die Ungleichheit bringt ihr selbst eigene Bevorzugung das haben wir ja ganz offen gesehen in der Situation ja und und diese Feindlichkeit gegen die Ungleichheit ist so absurd denn die Evolution ist nichts anderes als eine ungleichheitserzeugende Maschinerie ja die ganze Evolution hat nur einen Zweck Ungleichheiten zu erzeugen ja alles ist darauf angelegt wir hatten früher in der Evolution das klonen primitive frühere Organismen haben sich einfach geklont einfach identisch kopiert aber dadurch gab es dann nicht genügend Möglichkeit zur Weiterentwicklung und die Weiterentwicklungsmöglichkeit entstand nur indem immer systematisch Ungleichheit produziert wurde dadurch wurde unheimlich viel Ausschuss erzeugt und dieser Ausschuss musste dann wieder im Verhalten davon abgehalten werden Nachkommen zu haben und die zum Beispiel die Frauen mussten sich eben dann vom Verhalten her dahingehen verhalten dass sie nicht von den Ausschuss Produkten dieses Lotteriespiels Kinder bekommen sondern von den Fägen Ungleichen sozusagen und von den Ungleichsten Fähigsten sozusagen und nicht von den Ungleichen Unfähigen und deswegen also der Preis dieser Evolutionären Maschinerie zur Erzeugung der Ungleichheit ist der Preis dass man jetzt natürlich aktiv gucken muss dass man bei den Ungleichen die Unfähigen von der Fortpflanzung möglichst ausschließen sollte und natürlich nur die Fägen zur Fortpflanzung zulassen sollte und das machen die Frauen indem sie die Männer abchecken sind das Fäge sind das gute Gene lasse ich die an meine Eizelle ran oder lasse ich sie nicht an meine Eizelle ran und das erlebt dann die Frau so dass sie erlebt ich liebe diesen Mann aber dieses Erleben ist nur das Epiphenomen der Tatsache ihres genetischen Kalküls dieser Mann hat gute Gene dem gewähre ich mal den Zugang zu meinen Eizellen dem gewähre ich einen Vorsprung für seine Samenzellen durch den Orgasmus Ansaugreflex und dann hat er eine größere Chance der Vater meines nächsten Kindes zu werden in der Kommune ja Frau Dr. Göttner Abendroth erkennt nicht dass sie von halb denaturierten Kulturen berichtet und sie diese dann als voll natürlich missversteht und es war ja nicht so wir wollten ja nicht von ihr so viel hören sondern sie hat darauf bestanden 22 extra Minuten mehr als die anderen Experten zu bekommen von vornherein das war ja nicht gerade sehr egalitär würde ich sagen ja auch wieder sie wollte gleicher behandelt werden als die anderen von vornherein das erinnert mich doch sehr an Honecker immer ein Wunsch nach Extrawurst ihre Technik trotz lauter Störtöne das habe ich ja schon gesagt dass wir also das mit der Technik nicht mehr mitmachen weil das war grottenschlecht von den Störtönen her ja die geisteswissenschaftliche Perspektive ist eine unwahre Perspektive wegen ihres Bildungsmangels in der Naturwissenschaft lauter ah ja 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 der Wagner hatte immer wieder einen zu lauten Lautsprecher und dadurch ständiges nerven des Echos weil die Mikros alle unnötig offen waren mangelnde Disziplin bei den Teilnehmern also das der einzige Nachteil von diesen Online Talkshows ist dass es leider nur mit vollständiger Disziplin geht immer sofort das Mikro abzuschalten ich schalte meines Jahr nur nicht ab weil ich so überfordert bin in der Dreifachrolle als Moderator Techniker und Experte dass ich wirklich ins Rotieren gerate wenn ich jetzt auch noch immer punktgenau mein Mikrofon abschalte und diese das leise Piepen der Redezeituhren das kommt dann halt rüber aber das ließe sich nur vermeiden wenn man jetzt nochmal einen extra Moderator hätte sodass ich mich auf mein eigenes Mikrofon und dessen Abschaltung konzentrieren könnte also das ist das einzige wirklich große technische Problem um das wir uns wirklich gründlich kümmern müssen ansonsten funktionieren ja diese Online Talkshows hervorragend ja ja dieser Gedanke der dann auch nochmal geäußert wurde in der Talkshow Umverteilung von oben nach unten das ist eben das ist nicht eben nicht so einfach ohne Mauer und ja und vor allem ist es der falsche Ansatz ja wir müssen die Männer die Reichen wieder zum schenken bewegen indem 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 wir ihnen die Gegenleistung geben wieder also noch einmal die Geschichte der Frühhändler davon dass angeblich so viel Sex böse und schlecht und teuflisch sei die hat dazu geführt dass die Männer ihre Gegenleistung dass das Gegengeschäft nicht mehr gestimmt hat sie haben geschenkt und von den Frauen kam die Sexualität nicht mehr zurück und die Eizellen kamen nicht mehr zurück als Gegenleistung also haben die Männer ihr eigenes Ding gemacht und sind Macht als Ersatzbefriedigungsweg Macht machtsüchtig besitzsüchtig akkumulationssüchtig und später geldsüchtig geworden Schluck Wasser jetzt ist doch der richtige Weg geben wir den Männern den reichen Männern wenn sie in die Kommunen besuchen geben wir ihnen die Liebe und die Sexualität dann fangen die auch wieder an zu schenken denn das ist ihr genetisches Programm das genetische Programm das Menschen gerade der Männer ist den Frauen und Kindern alles zu schenken wenn sie sich geliebt fühlen ja und nicht jetzt fordern Leute wir müssen jetzt umverteilen von oben nach unten das ist eben auch nicht so einfach ohne Mauer denn dann laufen die Reichen weg warum sollten sie bleiben wenn sie nur ausgenommen werden sollen wie die Weihnachtsgänse sondern wir müssen mit ihnen das Gegengeschäft wieder eröffnen also wenn über die Hausarztgesundheitskommunen die wieder die ersten urmatriarchalen urmatriarchalen vollmatriarchalen pazifistischen bonoboschenker kommunen experimente von den Hausärzten inspiriert beginnen sozusagen weil da dann die besten Gesundheitsdaten wohlfühlstimmen und Langlebigkeitsdaten erzielbar sind sozusagen und die Ärzte das dann wiederum aus egoistischen Gründen befürworten und anempfehlen sozusagen da dann müssen dort die Frauen verstehen dass sie wenn sie die reichen Männer nicht liebevoll behandeln dass die dann doch auch keinen Grund haben zu schenken sozusagen es ist ein Bezahlgeschäft ja sie müssen eigentlich die die Frauen einer solchen urmatriarchalen Kommune müssen den Männern sexuell begegnen müssen diese sexuell befriedigen und dann kommen die Männer auch wieder ins schenken und dann funktioniert dieses Gegengeschäft wieder die Männer schenken alles was sie finden den Frauen und Kindern und die Frauen bezahlen mit tollem Sex und Zugang zu ihren Eizellen ja und die Tatsache mit Schluck Wasser und die Tatsache dass Frauen in der jetzigen Situation niedriger bezahlt werden das ist eine Sache das muss der Staat korrigieren da darf man nicht fordern dass die Unternehmer das ausgleichen und den ganzen Schaden haben nämlich die Frauen tragen ja trotz auch unserer Reform würden die Unternehmer immer noch das Risiko tragen dass die Frauen denn nicht jede Frau würde ja dann wenn sie ein Baby bekommt weiterarbeiten sondern viele Frauen würden ja dann die Mutterrolle zu Hause vorziehen und dann fallen dann fallen dann fallen Frauen aus und dieses Risiko muss ja bezahlt werden ja das muss ja finanziell ausgeglichen werden das kann man nur so ausgleichen indem man akzeptiert dass die Unternehmen Frauen generell niedriger bezahlen und dann muss der Staat halt hingehen Frauen grundsätzlich geringer zu besteuern das was ja unser Vorschlag ist und und dann auch es müssen eben auch an den Arbeitgeber der Mütter weiter beschäftigt staatliche Ausgleichszuschüsse bezahlt werden denn eine Mutter die ab und zu ihr Kind stillt ist sicherlich nicht so 100% leistungsfähig wie eine Mutter ohne Kind also eine Frau ohne Kind und das müssen wir ausgleichen durch staatliche Ausgleichszahlung und Ausgleichszuschüsse ja ja so funktioniert gute Politik aber nicht einfach fordern Umverteilung von oben nach unten und die Unternehmer sollen gefälligst die Frauen genauso bezahlen wie die Männer dabei bringen die Frauen für den Unternehmer immer ein grundsätzlich höheres Kostenrisiko mit sich und das muss sich selbstverständlich in einem niedrigeren Lohn für gleiche Arbeit zwangsläufig niederschlagen also können wir es doch nur so machen dass der Staat die Steuern für die sozusagen Gleichbezahlung erwirkt die Abgaben und Steuern für die Frauen müssen gesenkt werden ganz einfach ja immer die einfachen oder einfallslosen Umverteilungstendenzen gegenüber den Unternehmern ja 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 das war's das war jetzt der große gmx bericht sozusagen von der großen talkshow gestern abend die sie finden bei auseinander geschrieben next scientists for future dem sender auf youtube als nummer 775 das hier ist die nummer 776 und oder ja vielleicht drehen wir die nummern auch um also sie finden auf jeden fall diese beiden sendungen sind die eine von den beiden sendungen wird die nummer 775 bekommen die andere die nummer 776 und da finden sie also talkshow und nachlese vereint ja ich glaube ich habe alles gesagt tschüssi bis bald dann bis 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 Vielen Dank.